Geht's auch nicht. Willkommen auf YouTube zur nächsten Folge unseres Multineats Plays. Hier bei mir ist der Bahnromantiker. Hallo YouTube. Und wir haben gerade darüber nachgedacht, also der Bahnromantiker hat gerade vorgeschlagen, dass wir etwas in Schafe gehen, weil wir ja für das Schiff hier nachher noch Segel brauchen und dafür brauchen wir Wolle. Und da war mein Vorschlag, dass wir hier am südlichen Sägewerk diese Freifläche, die ja kein Feld ist, dass wir die kaufen und uns da ein, zwei, drei, vier, fünf Scharfstelle hinsetzen. Keine Ahnung, wie viele wir brauchen. Also ich bin mal bei mir von zwei ausgegangen. Ja, dauert ein bisschen. Außer man macht sie ganz gleich ganz voll. Habe ich aber nicht gemacht. Und ja, und mit Richtung Produktion, da brauchen wir natürlich auch eine Spinnerei, wenn wir Tuch wollen. Ja gut, da gibt es aber keine auf der Karte, ne? Nein, gibt es keine. Ja, aber die könnten wir ja genauso gut hier auf dieses Gelände stellen. Ja, äh. Das Gelände dann groß genug dafür. Vorschlag zwei Scharfstelle und eine Spinnerei. Passt hier locker hin. Ach, passt ganz locker hin. Da kann man sogar den ganz großen Scharfstall nehmen. Ja, wenn du willst, ich habe die, ich habe die Standard. Ja, ja, wir haben ja keine extra drauf. Also ich bin dafür und wir kaufen jetzt erstmal das Land. Gekauft. So, ich würde dann vorschlagen, wir stellen uns die zwei Scharfstelle. Soll ich die einfach mal so platzieren, wie ich die, wie ich das schön fände? Ja, ja, mach, natürlich. Weil wenn wir sagen, wir machen zwei und wir nehmen Schafe, dann nehmen wir auch den großen Stall und dann drücke ich jetzt hier mal D für die Rasterplatzierung und wo D ist genau im Weg rum. Aha, weil ich ja. Ja, jetzt. was denkst du also die 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 richtung jetzt war in der anderen richtung genau einfach so schön gegenüber gestellt jetzt müssen muss ich aber mal kurz gucken den wagen den wir im moment haben den anhänger der kann auch gras ja wir brauchen allerdings für den stall brauchen wir jetzt nicht nur noch tiere sondern wir müssen uns müssen auch noch ein bisschen was mähen ja richtig soweit ich weiß bringen alle schafe gleich viel an wolle nachher ja glaube ich auch von der rasse die rasse ist uninteressant für ein schal für einen stall voll zu machen brauchen wir allerdings so 35.000 ja so ich würde jetzt vorschlagen wir machen in jedem stall kauf mal 20 ich habe und die gerade sagen ja aber er ist ja noch aber erst wenn ich die die holzladung verkauft habe weil noch aber nicht genug geld dafür okay weil wir brauchen die nicht gleichvoll machen das dauert ja bestimmt auch noch beim links bis da dass der rumpf und das alles fertig ist ja 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 wir haben ja im moment auch noch kein noch keine kein geld für die spinnerei aber die würde ich auch erst kaufen wenn das erste wenn das erste holz da ist wenn das wenn die erste wolle da ist meine ich ach so ja ja na weil dann mache ich das ding jetzt ja immer ich jetzt ja einmal den den wagen voll und da verkaufen die 65 scharfe gehen rein oder wir nehmen zweimal 30 ja das wie gesagt dass das die vermehren sich ja dann aus das dauert ja du brauchst im prinzip nur am schluss das tuch ach so also ist das alles was an holz fertig ist und ganz am schluss brauchst das tuch und dass das dauert auch noch eine weile und die spinnerei braucht das schon noch eine weile bis das tuch fertig ist ja aber ja ich sehe beide beide wegen voll zu hause oder allerdings hat er mir jetzt da vorne so ein stück quer gestellt das nicht lustig deswegen habe ich jetzt die spanngurte wieder gelöst nehmen das mal daraus so da ist es echt praktisch dass man das ding von von außen aktivieren kann richtig praktisch ach so danke alles schleswig holstein für den foto wie sehe ich gerade und danke austria gaming für den follow die gute nacht nach bitte ja aber voll wird da glaube ich nicht naja aber das lohnt sich nicht mal was hinbringen oder hier könnte man jetzt realismus mäßig ja sagen jetzt kann man auch ja wir sind ja auf dem server da geht werfen nicht auf dem server kannst du nichts werfen also rechte maus dass du werfen kannst du vergessen also ich gehe noch ein bisschen sägen oder ja ja mach das das reicht erstmal denke ich und aber eine schöne fuhre der erfassungsradius weil sie ungefähr 45 meter mehr ist das nicht aber immer noch besser als das zeug von hand darauf zu boxieren richtig ja so was haben wir denn jetzt hier das ist nicht schlecht ja so was auch ich nehme jetzt den einen stall und kauf mir da 20 viecher meiner wahl ja und zwar die die acht monate alt sind und du schnappst dir die aus dem anderen stall also du darfst ja aussuchen was im zweiten stall drin ist moment dann muss ich ja da muss ich schon hier kommen und dann würde ich sagen versorge ich die mal wir müssen nämlich gucken wie wir die jetzt versorgen wir brauchen nämlich gras das heißt wir müssen das schöne ist wir können ja gras mähen an der stelle aber ich nehme dann direkt mal ich nehme jetzt dein dein feld hat mir da die langen bretter und die holzbalken drauf bringt die zum zum schiffchen und dann bin ich ja gerade mit deinem unten und dann kaufe ich uns gras zu gehören ja genau wird sagen wir brauchen gras zubehör ja die frage dass unten ist ich habe geplant mir einen 21 zu 9 ein monitor zuzulegen damit ich mehr sehe und das ist einer der so ist dass ich dann in dem 16 zu 9 ausschnitt streamen kann und wenn ich normalerweise dann habe ich rechts und links chat und sowas daneben und wenn ich selber spiele kann ich die vollen 21 zu 9 zum spielen auslegen so ein monitor der ist nicht günstig und damit hier mal ein bisschen was anderes ein bisschen was leben noch so in den in dem bild kommt habe ich gesagt ich habe das einfach mal als ziel definiert für was ich so an 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 punkten verdienen müsste nichts von gehört um mir den zumindest ein teil davon damit zu finanzieren auswärts gaming was bedeutet denn was ist denn das command unfall das kenne ich gar nicht ja noch nie gehört ja ja man kann bestimmt hier twitch soweit automatisieren dass wenn man ausrufezeichen unfall eingibt das automatisch ein clip erstellt wird also ich hatte ich hatte die ganze ladefläche voll ne alles weg so dass wir gucken naja lange bretter genug bretter genug holzbalken genug metall genug holzbalken fließen fehlen 200 holzfließen für das schiff hier fertig zu machen aber man sieht schon immer mehr davon ja mal für ein foto davon auch zum händler wir wollen gras für die schafe mähen ich würde ja dann empfehlen wir brauchen ein mähwerk haben wir hier eigentlich eine frontzapfwelle also ich habe mir ein gelbes mähwerk genommen hier stehen wir uns auch immer noch der 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 andere autoloader wir können also immer noch den den autoloader wechseln den holz autoloader haben wir ja noch nicht verkauft ich möchte auf jeden fall ein mähwerk für für an den traktor das schon mal ja ja logisch aber eins das schwaden kann also dass das mit schwad ablegt weil ich dachte mir danach fahren wir dann mit dings drüber mit holen uns sammelwagen dafür denn mit dem sammelwagen kann man direkt rein kippen unfall da um staatsfeind okay so aber wer von denen kann ein spart ablegen jetzt muss man hier auch die community hören also ich weiß zum beispiel dieses dieses elo duett das macht ein spart links ein spart rechts ich nehme an keins von denen kann spart ablegen aber auch nicht bei denen brauchst du ja immer vorne und mittig und hinten also zwei brauchst du mein front eine frontwelle ich höre gerade die pöttinger kann das hier gibt es nur eine pöttinger also die pöttinger kann spart ablegen ach das war die die mit auto mit cosplayer probleme hat ja so was die pöttinger dann einfach kaufen oder mieten ja aber moment die gehören doch zusammen oder ja ja richtig ja aber du hast doch keine franz abfälle das werden wir dann gleich sehen das ding ich kaufe jetzt mal das front ding und dann gucke ich mal ob ich das ding vorne anhängen kann ansonsten bräuchte ja noch einen anderen traktor dafür weil manchmal sieht man die zapfwelle auch einfach nur nicht weil man die erst sieht wenn man was anhängt so versteckt ach guck mal ja 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 aber gut funktioniert auch tatsächlich klingt gut dann kauf uns das andere ding auch noch dazu macht sinn da wir ja kein wir haben ja nur ein eine wiese kein grad fällt dann brauchen wir noch ein sammelwagen dazu sammelwagen hat deswegen eine eigene kategorie oder links ladewagen heißt die dinge keine ahnung wie groß braucht man wie so groß braucht man so ein ding also in die stelle gehen 11.500 liter das heißt wir brauchen 23.000 liter ja aber wenn sie theoretisch brauchen wir die ja theoretisch müssen wir die ja nicht lagern oder wir brauchen ich weiß nur nicht ich weiß nur nicht wie viel darunter kommt von dem von dem feld weiß ich auch nicht aber was 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 zu vieles kann man ja einfach liegen lassen da wächst ja was bin denn zu groß braucht ich glaube der würde reichen ich habe schon überlegen ob der kleine nicht ausreicht da gehen 16 kubikmeter rein weiß ich mein ja ja und der müsste dann theoretisch auch drunter passen ja ja der passt runter das ist richtig aber den kleinen dann nehmen das reicht doch völlig ja gut wenn das gras liegen lassen kannst ja das kann man ja man kann ja auch gras in dem wagen drin lassen richtig man kann die zwei stelle voll kippen und dann lässt man dann macht man das ding doch mal voll stellt es ab und selbst wenn das ding auf dem feld irgendwann verschwindet weil wegen winter ne bleibt das bleibt das eben wagen ja drin denke ich der weiß ja nicht dass man dadurch gucken kann so damit hätten wir dann dafür schon alles und wir haben keinen neuen kredit aufgenommen bis jetzt was ja auch schon mal gut ist ja ich bin hier gerade an der mal gucken hier nur noch 47 liter holzbliesen zu verarbeiten bis zur nächsten stufe der achterbahn hier fehlt aber auf jeden fall noch so einiges aber jedes mal wenn ich dann vorbeifahre hat sich was verändert ja ja da sieht man dann dass es wächst ja und wir können auch relativ schnell noch noch wesentlich mehr geld bei ranschaffen ja die da stehen ja auch schon ein paar einiges an seiten wenden ja ich hoffe ich hoffe ich habe mich jetzt nicht bezahlen und das ist auch das zeug was man machen kann ab steuerung ablage genau da bitte schön mit dem ladewagen dann leicht rüber fahren karten weil wir haben jetzt gerade april ich glaube das ist noch nicht ist doch nicht das blümchen drauf das heißt das ist die höchste wachstum stufe das krasi scheint ein anderes zu sein ob es bei dem wachstumsstufe gibt das weiß ich nicht denke schon abend kino namens wenn aber gerade was ein moment war der typische daniel ja 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 ich kann noch was mehr ich kann noch was mehr was hat denn der gegen den baum hier also zum bauen von modellen dino bin ich die falsche ansprechperson weil ich bin prinzipiell skript modder und da baut man keine maschinen ja aber vielleicht ist irgendein modder hier der sich jetzt angesprochen fühlt bei bei uns hier zu gast gerne mal bei dinobot melden der will irgendein auto als e auto haben ich habe hier überhaupt keine keine hilfsprogramme zum spur halten oder sowas drauf wenn du sagst ja ich brauche hier keine spur halten mit dem was für idiot bin ich eigentlich was mache ich ja eigentlich wir haben doch ich habe doch extra den animal grazing drauf gemacht ich brauche doch jetzt nur braucht euch jetzt nur gras in die stelle rein zu malen ach so ja richtig wollen wir jetzt füttern oder wollen wir selber grasen lassen ja ich weiß ich musste nicht einmal füttern bei dem bei dem dings naja du musst eigentlich ich glaube aber die ich glaube die die bei den standardstellen ist aber die wiese zu klein für die anzahl an tieren die da drin ist dachte immer der braucht eine bestimmte anzahl prozente zum damit das funktionieren unter unter ne wende wenn weniger als 25 prozent futter drin ist glaube ich war das ja ich würde sagen wir füttern sie jetzt erst mal und dann mal was trotzdem noch ein ja dann haben wir nämlich länger ruhe oder wir malen es erst rein wenn das was ich jetzt hier gemäht habe aufgebraucht ist aufgebaut ja gut bist du auf die idee bin ich bei meinem single nicht gekommen wieder was gelernt das nächste schiff wie wirst er hat den vca drauf und nutzt ihn nicht ja so blöd wenn man mods hat die man dann im endeffekt doch nicht nutzen ich habe jetzt auf der ostseeküste habe ich jetzt das einzige was ich bis jetzt vom vom helfer hat machen lassen ist fahrzeuge von a nach b fahren oder flügen flugmission was ich helfer machen abend fahrmanager die zeit für die folge doch schon wiederum kannst du das vorstellen so schnell ist einmal ja 20 25 minuten sind immer so schnell rum ja liebe zuschauer auf youtube wie ihr seht wir werden noch so ein bisschen was mähen müssen hierfür aber das kriegen wir in der nächsten folge werden unsere schafe versorgt werden und dann darf ich vielleicht heute auch noch ein bisschen holz fällen vielen dank fürs reinschalten bis zum nächsten mal und tschüss tschüss youtube tschüss